Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfoy und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Heute geht es um Force Link. Und zwar versuchte Hasbro im Jahr 2017 erneut seine Figuren sprechen zu lassen. Beziehungsweise einen Chip zu integrieren, wie ehemals angedacht im Jahre 1999 mit dem ComTech Reader Chip. Na gut, wie dem auch sei, in The Last Jedi Wave begannen die Figuren erneut zu sprechen. Dieses Mal war die Technik soweit und vor allem günstiger, um die Chips in die Figuren hinein zu bekommen und nicht wie 1999 sie separat auf einen Stand zu bringen. Schauen wir uns mal so ein Starter Set an. Es gab im Prinzip drei Stück, wo dieser Force Link mit drin war. Hier haben wir das deutsche Starter Set. Erwecke die Galaxis zum Leben. Force Link Starter Set. Trage Force Link und aktiviere Licht- und Toneffekte in mehr als 30 Spielzeugen. Dieses Starter Set hier mit Kylo Ren. Und hier auf der Rückseite. Dann gab es eben noch ein Starter Set. Das gigantische Mega Set BB8 Mega Play Set. In dem auch ein Force Link dabei war. Kann man als Starter Set dazu zählen, wenn man will. Aber das lasse ich mal außen vor. Und dann gab es noch ein Toys R Us Starter Set. Hier Bring the Galaxy to Life. Toys R Us mit einem exekuteten First Order Stormtrooper und dem dritten Elite Battalion Guard. Mit einem separaten neuen Helm. Diese Figuren. Es gab drei verschiedene Helme und teilweise eben nur in den Sets erhältlich. Was noch wichtig ist zu erwähnen. Die Figuren haben zwar einen Chip Indus und es ist egal aus welchem Land sie kommen. Wichtig ist aus welchem Land der Force Link kommt. Also zum Beispiel aus dieser Verpackung hier in Deutsch werden alle Figuren hier in Deutsch gesprochen. Hat man eins aus Frankreich sprechen sie alle Französisch. Aus Englisch alle Englisch. Zunächst braucht man drei 3xA Batterien, die man hier hinein clipst. Auf leichten Druck schaltet er sich ein. Hier blinken dann die Lichter. Und den Rest zeige ich gleich noch. So, dann geht es mal weiter mit den Raumschiffen. Und zwar fangen wir mal mit den kleinsten an. Das ist dieses Great Police Beater. Hier unten sieht man das Zeichen. Und normalerweise hat man den Sensor hier an der Hand. Damit man das so nimmt und spielt. So, kein Kontakt. Wenn wir das jetzt aber mal andersrum machen. Na gut, ich nehme es mal wieder ab. Schauen wir mal, ob es umgeht. Dann nehmen wir mal gleich den A-Wing Fighter. Der hat sich auch hier unten. Der hat sich auch hier unten. Der hat sich auch hier unten hinten. Und dann gehen wir mal noch. Und dann gehen wir mal wieder mal hin. und haben wir hier den tie fighter man sieht man muss nicht einmal das raumschiff bewegen es reicht wenn man einen force link bewegt dann haben wir den sky speeder so haben wir hier den boosted bowdamerons x-wing fighter hinten rum aber den boost gibt er nicht ab oder? so und kylo renns tie silencer oder tie silencer der hat nämlich licht doch dabei und sound da ist das licht und hier oben so also dieser silencer benötigt separate batterien und ja ich persönlich finde da hätte man ruhig einen knopf irgendwo hin machen können der die licht und sound geräusche ausführt meine meinung so und zum schluss kommen wir zum bw8 multiplay set es hat neben wirklich klasse sound effekten die von knopfdruck funktionieren auch ein bisschen force link und auf der anderen seite sieht man hier ein paar sturmtruppen also viel kommt nicht und mein fazit zu den raumschiffen oder zum playset bei den kleinen raumschiffen verstehe ich es dass man ein bisschen sound machen kann ohne batterien zu vergeuden je kleiner desto sinnvoller ist dieses gerät je größer das raumschiff und sowieso mit licht finde ich es bescheiden weil da hätte man ruhig den ein auslöse knopf einfach mit rein bauen können und schon hätte der tizer lenser zum beispiel funktioniert eher schwere sache aber früher war es einfach schöner wenn man batterien rein hat hat ein knopf gedrückt und der sound kam ohne dieses teil was eh nicht richtig funktioniert meiner meinung nach also zufall prinzip und ja na gut ich hoffe euch hat das video gefallen und wenn ihr wollt sehen wir uns das nächste mal wieder macht's gut die und